Dave hat ein neues Video hochgeladen. Die Zukunft von The Race. Wildcard. Hallöchen Freunde und damit ein Hallöchen an Dave und seine Community, weil, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ich habe einen verrückten Plan. Ich möchte bei The Race Staffel 2 mitmachen und ich weiß nicht, ob diese Bewerbe cool wird, ich weiß nicht, ob sie toll wird, aber ich dachte mal, ich nehme mich ein bisschen selber mit und zwar laufen, weil ich selber liebe Ausdauersport, weil, ganz ehrlich, ich muss nur noch gewöhnen, dass hier mal ein Display ist und hier in die Kamera nennen sie, aber ansonsten bin ich Daniel, 23 Jahre jung und liebe verrückte Dinge. Das Team-Playing muss auch gut stimmen, dass hier keiner rumzickt, dass keiner rumschimpft und so. Einfach ein gutes Team-Gefühl muss da sein. Manchmal, bei manchen Stationen, wie zum Beispiel heute, haben wir alle verzweifelt, manchmal. Und nicht alle, aber manche haben gut verzweifelt und etwas rumgeflucht oder rumgezickt. Dann muss man durch und danach am Ende alles wieder lächeln. Und dann ist alles gut. Weil, Leute, ich stehe hier. Nein. Ich muss hoch wieder gehen, sonst fliege ich gleich hin. Man soll nicht so gut. Rutsch. Ich. Ab. Ab. So, Freunde. Deswegen. Bis bald. Ich.